Ergebnis. Zwei, drei. Das kriegen Kinder hin, ne? Das war's. Vielleicht fassen wir die Scheiße noch rein, hä? Willkommen zu einem neuen Episode von What's in the Box. Das war's. Zu meinen zwei Gässen, René Wagner und Steffen Baumgart. Hallo zusammen. Hallo. Der fängt an von euch. Der Jüngste. Du fängst an. Ich hole die erste Gegenstände. Ich drehe mich um, das ist am besten. Ich würde mich anpassen. Trainer? Nicht reingucken. Gut, das ist eine kleine Säge. Holzsäge. Spielsäge. Good job. Danke. Das Schlimme ist, dass der Macca aussucht. Der gibt dir den ganzen... Na klar. Ganz ehrlich. Ihr geht Hand und Hand durch die Gegend. Aber mir gibt er die Leichten und den Schwierigen. Schon klar. Mir gibt er die Eklingen. Ja, natürlich. Richtig so. Okay, Mr. Wagner. Vorsicht. The magic hat. Schiebermütze. Du hast recht gehabt. 1-1. Greif mal rein. Gut. Creme, Haargel, irgendwas in die Richtung. Ich fass da nicht in die Geretsche rein. Könnte auch Schuhcreme sein, ihr Lappen. Irgendwas Dreckiges. Aber zum Cremen... Warte mal. Nivea. Good job. Näh. Vielleicht passt ich in die Scheiße noch rein, ne? Ist das eine Wiener? Ja. Good job. Bisschen Beiß. Und los geht's. Guck dann, was das ist. Kannst du denn riechen? Erstmal riechen. Ach, Jürgen. Und... Ah, geht nicht. Zack! Tischfeuerwerk, Silvester. Hat Spaß gemacht. Danke. Vorhin gesagt, wieso sagst du riechen? Oh, auch so ein Tischknaller. Okay. Hat geguckt. Komm. Zwei, drei. Das kriegen Kinderhände. Das war's. So, jetzt gibt's nur eine Anweisung für diese. Weil das so lebendig ist. Das lebendig ist? Musst du schnell rein greifen. Hände rein, musst du schnell rein greifen. Warte. Also schnell in die Mitte. Weißt du? Zusammen. Und... Los! Oh, ey! Hey! Reißzwecken. Reißzwecken. Pins und Reißzwecken. Au! Das ist ein fieser Sack, ne? Das ist ein fieser Sack, ne? Wo kann ich sagen, greif schnell rein. Hut ab, halb fest. Och Magnet, hör doch mal auf mit so einem Scheiß, Alter. Ganz ehrlich. Das ist ja ganz schnell so doof, ey. Dann unentschieden. Und hier steht nicht Richtung Person. Auf jeden Fall, finde ich. Happy New Year to everybody. In Guter Rutsch. In den neuen Jahr.